Gut, stellen wir es mal der nächsten Passage. Oder verbrannt. Selbst die gefangenen Käfigchen verbrannt. Oh, der ist mal nicht. Okay. Oh, eine Dreifachtür. Die Dreifachtürung. Tell me truth. How did you escape your darkness? Once I find my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear. I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Certh. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. The fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wild, sir. I wouldn't have made it without you. Hmm. Wo ist das P? Das ich nicht erspähe. Ach nee, ist ja nicht das P. Ist ja das andere hier, das in der Mitte. Ich geh nur drauf. Ich heisse. Dafür. Ich heisse. Ich heisse. Ich leise. Wir sind nicht die, die in der Mitte. Hier ist bloß noch eins. Hier ist bloß. Hier ist bloß noch eins. Bin ich blind? Habe ich da irgendwas auf dem Boden gemalt oder so? Es sagt ja auch, wenn dann hier, ne? Ah, warte mal. Komm. Das war aber ne schwere Geburt. Ich sage, wenn man genau guckt, wird man immer irgendwelche magischen oder sonstige Zeichen sehen, die man benötigt, ne? Oder die einem irgendwas erzählen. Okay. 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 Die Norden sagen, dass auf Ragnarok, die Sons von Muspel gehen, in der Nagelfar, der Korps-Ship. Und wenn die Sons von Muspel gehen und gehen, es wird als wenn die Skye öffnen, und Surt wird ihnen. So, damit sollte das Tor offen sein. Ah, jetzt kann was aufmachen hier. Und dann müssen wir da hochrennen. Oh, das wird kompliziert. And ran, Senna, ran, ran. Through the fire. Keep running. Go on. Nothing will stop it. Run, Senna, run, run, run. Run, Senna, through the fire. And go! Run, Senna! Nicht die thatilけ. Es liefa. Sie ist dönerlich. Es ist ngarniert. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone, away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. I will come back to you. I will come back. I will come back to you. I will go back to you and die to the world. With you, I'll be able to die. And forever be here for you. You destroyed everything! Everyone! But not me! Fight now! He's getting stronger than me! You must stop him! Stop him! Sirs is getting stronger! Stop him! Stop him! Defend yourself! Come on! Stop him! You could do this. Ficus. Both of us. Stop him! Stop him now! What are you doing? Oh, I... It's not even in sea. Focus! 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 The way I focus on you! Focus me now! Focus me now! Was das schon? That was but easier. Ich habe aber einfacher als der erste Boss. Und in der Ende, wir alle fallen. Even die Gottes haben ihre Zeit. Yet wir immer weitergehen. Warum? Ich habe eine Prozesse, und ich werde zu hell gehen, um es zu halten. Ich sterbe, frei. Oh, und du will carry meine Geschichten mit dir. Ich habe erfüllt meine Reise. Ja, du hast. Wenn die Schmerzen kommt, ich versuche dich in diese Leben und die nächste, um es zu erfüllen. Dann werde ich dich in hell sehen. Be bereit, um die Horror in den Augen zu treffen, wie ich habe. Um zu finden, deine Antworten. Deine Reise. Deine Reise. Deine Reise. Junge. Zutröhn. Zutröhn Zutröhn Zu meinem Welt. Senua sah eine tiefste Verbindung zwischen den Norte und der Dunkelheit. Wenn die Hörer von Hell war, dann war es die Sorge. Sie lernt alles von ihm, bis sie, auch, konnte sehen, was er sah. Und wer ist da draußen? Das war's. Es ist eine sehr wichtige Frage. Wenn die Verlust des Selbst ist, du einfach zu bemerkst, dass es nicht so sein wird, du weißt, wenn es richtig ist. Du kannst es fühlen. Ein Mensch in deinem Körper. Ein Impostor. Und nichts ist das gleiche. Senua hat sie zuerst. Und sie wird das wieder tun. Du kannst du sicher sein. Die Northmen sagen, dass wir als ein Rainbow sehen, ist die Bridge, die von den Welt der Menschen zu den Welt der Gods. Für jetzt, sie sagen, die Frost-Giants und die Mountain-Giants können nicht crossen. Aber sie sagen, wenn Ragnarok kommt, nicht ein Ding in dieser Welt wird sicher sein. Die Rainbow Bridge wird unter den Onslaut der Fire-Giants auf Flamme steed. Senua, Ich habe gesehen, das Feuer der Surt ist weit und weit und zu unseren Landen. Ragnarok kommt. Dann gehen wir mal hier raus. Dann müsste jetzt das Tor hier drüben offen sein. Oder aufgehen. Je nachdem. Oder wir werden wieder angegriffen. Mal gucken. Okay. So dark and start the dark only the dead may cross. 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 Keine Bemahnung, ja? Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. No. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I am not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damian! 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 In this waking nightmare where all dreams come true. You searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams, and now that you're home, he's so far away, they've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats our heart. You fought for love unspoilt, by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. To the dead and dead can quite a final record. Kill him. No. You did this. No. 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 Kill him. Kill him. Kill him. Aaaaah. Aaaaah. Sie können Sie, aber nicht Ihren Prozess. Auch die Todesfälle werden Sie nicht entfernt. Durch diese Dertmust werden Sie ihn finden. Und Ihre Schmerz wird noch ein Herz verletzt. Die Schmerzen hat dich geführt. Jeder konnte es sehen, in der Hohlohs von deinem Augen. Ein Blick, verletzend von Leben. You ran from it, but brought it nearer, led it to him, an endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandoning to find peace with the gods. No, the darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look at it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. This is your mission. Yeah, because tomorrow is Monday. It's early morning. It's time to get out. It's time to get out of the way. 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 In this sense. Thank you so much for seeing you. Schlafe good. Drop was Schönes. Wir sehen uns morgen Abend wieder mit... Lasst uns überraschen. Bis dahin. Euer Feierfuchs.